Burkhard Röhrig, EFOS, Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung. Wir sind einer der führenden MES-Anbieter Deutschlands. Wir optimieren Ressourcen, Personalressourcen, maschinelle Ressourcen, als auch letztendlich den Einsatz von Produkten. Ich bin Simon Götzen von der iXperien GmbH. Wir sind ein Spin-off der RWTH Aachen und wir machen KI für Industrie und Handel. Ganz wichtig, wir nehmen die Daten, die bei unseren Kunden anfallen und wir bauen selbstlernende Systeme daraus. Wir sind sicherlich noch nicht allzu weit. Ich glaube aber, dass wir gute Chancen haben, im Grunde genommen zügig voranzuschreiten. Natürlich sind Japaner und Amerikaner dort etwas weiter. Nehmen Sie beispielsweise Neil Jakobstein von der Singularity University in Kalifornien, der schon vor Jahren prognostiziert hat, wie sehr sich unsere Arbeitswelt verändern wird. Gefragt, ob ihm das Angst machen würde, meinte er nein. Er hätte mehr Angst vor der menschlichen Dummheit als vor der künstlichen Intelligenz. Wir in Deutschland sind sehr stark dabei, im Grunde genommen, um die gesamte Produktion mit leistungsfähigen Erfassungssystemen letztendlich zu überziehen, die dann im Grunde genommen halt solche Daten liefern, um daraus auch selbstlernende Systeme abzubilden. Ja, wir sind glaube ich mit der Datenerfassung schon wirklich weit. Wir können die Daten in großer Masse erfassen, strukturieren. Aber was fehlt, ist wirklich der Ansatz, was können wir daraus für selbstlernende Systeme schaffen. Also, um als Beispiel zu nehmen, wenn ich jetzt Predictive Maintenance mache, dann ist das auf eine Maschine beschränkt. Das ist nicht etwas, was mir in der ganzen Fabrik, in der Breite was bringt. Und da nochmal vielleicht den Schritt zu gehen, zu sagen, die Daten sind wirklich ein Schatz, den wir heben müssen. Und KI ist die Technologie, die man braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Wie gerade schon versucht, summierend festzustellen, ergänzen wir uns sehr stark. Die GeForce sammelt Daten, wertet diese, wie gesagt, auf der Grundlage der Transparenz des aktuellen Betriebsgeschehens in Echtzeit aus, ermöglichen damit im Grunde genommen leistungsfähige Analysen, auch Planungen mit statistischen Methoden. Und jetzt wollen wir uns aber noch weiter verbessern und kommen zu einer gesicherten Prognose. Und wie gesagt, das macht man letztendlich mit künstlicher Intelligenz, mit Deep Learning Verfahren, Machine Learning Verfahren etc. Und da haben wir uns einfach verstärkt mit einem Experten am Markt, mit der Firma X-Brain, einer Ausgründung der RWTH Aachen. Und dadurch haben wir im Grunde genommen, ich sag jetzt mal, einen immensen Zeitaufwand an Entwicklungskapazität gespart. Weil das ist ihre Kernkompetenz und das andere ist unsere Kernkompetenz. Diese beiden verbinden wir nach dem Motto 1 und 1 ist 3. Die Rechnung gefällt mir. Die Frage, die wir eigentlich beantworten ist, was machen wir mit den ganzen Daten? Und wer ist am Ende der Richtige, um gewisse Aufgaben zu erledigen? Und wir sehen die GFOS als wirklich etablierten, professionellen Anbieter für MES-Lösungen, für Softwarelösungen, die Daten sammeln, die Daten aufbereiten, die Daten strukturieren. Und wir brauchen diese Daten, um dann als Modul KI-Modelle zu trainieren. Da geht es um neuronale Netze, da geht es um Deep Learning. Da geht es darum, auch statistische Verfahren abzulösen, regelbasierte Verfahren abzulösen und zu sagen, wie kann man bestehende Software intelligenter und besser machen. Eigentlich auf ein anderes Level heben. Wir haben uns kennengelernt in einem Kundenprojekt bei Kunden und haben uns auf Anhieb ergänzender Weise gut verstanden. Und dann ist das einfach in dem Sinne halt auch nutzbringend für alle Seiten. Deshalb sagte ich auch eins und eins ist drei, weil der Dritte, der davon maßgeblich partizipiert, ist der Kunde. Für uns macht es einen Riesenunterschied, ob wir ein Projekt alleine beim Kunden durchführen oder mit GFOS zusammen, weil wir sparen eben auch ganz viel Zeit und Nerven, wenn die Daten da sind und wenn auch ein professioneller Partner zur Seite steht, um da bei der Integration zu helfen. Wir entwickeln uns gerade von der Analyse hin zur Prognose. Das heißt also, wir sind in absehbarer Zeit in der Lage aufgrund von Sensorik kombiniert mit unserer Erfassungsmethodik und letztendlich auch der KI, vorherzusagen, an welcher Maschine möglicherweise um 17.25 Uhr morgen Nachmittag das Werkzeug bricht als Beispiel, wenn wir denn nicht vorher steuernd und korrigierend eingreifen. Das ist der Nutzen, der dort entstehen wird halt. Und zwar mit einer gesicherten Prognose. Dann kommt der zweite Schritt. Wir sind nicht nur in der Lage, das vorherzusagen, sondern wir sind auch in der Lage, aufgrund vergangenheitsbezogenen Wissens, wie wir das Problem denn am besten umgehen, dass es gar nicht erst entstehen wird halt. Und das ist eine bidirektionale Zusammenarbeit, wo wir uns ständig austauschen und im Grunde genommen gegenseitig updaten, wenn Sie so wollen. Wir lösen die Fragestellung der Prädiktion eigentlich neu auf, indem wir sagen, wir sammeln nicht einfach Daten und wenden Statistiken an, sondern es gibt ein Modell, was versteht, was in der Vergangenheit passiert ist und das sowohl in Echtzeit, also was ist der Jetzt-Zustand meines komplexen Systems, aber auch auf die nächsten Stunden oder Wochen hinausblickend vorhersagen kann. Und der wirklich qualitative Unterschied ist, es ist ein System, was nicht mehr händisch trainiert ist. Es ist nicht so, dass ich dem sage, jetzt in der Woche ist was Besonderes vorgefallen, behandle die mal anders, sondern es ist basierend aus vielschichtigen Daten über längere Zeiträume, Sensorik bringen nochmal eine unglaubliche Datenfülle mit rein, ein System, was sagt, ich weiß, was passiert, sag mir einfach, was ist der Zustand und du bekommst dein Ergebnis. Und das ist die Macht, die durch KI entfesselt wird. Wir optimieren, wie schon anfangs erwähnt, die Ressourcen. Produktion heißt ja nicht nur industrielle Produktion. Der Einsatz ist mannigfach möglich, muss man ganz klar sagen. Nehmen Sie beispielsweise einen Flughafen. Ein Flughafen hat normalerweise, wenn wir nicht im Lockdown sind, das flexibelste Produktionssystem, was vorstellbar ist. Wenn in Ankara eine Maschine nicht pünktlich abgefertigt wird, hat das Auswirkungen auf den innerdeutschen Flugplan, weil die ja nicht nur nach München fliegt oder Frankfurt, sondern anschließend weiter im Einsatz ist halt. Und da greift im Grunde genommen unser System aufgrund von, ich sag jetzt mal, selbst lernender Erfahrung sozusagen und ergänzender Erfahrung die richtigen Entscheidungen zu treffen und diese als Vorschläge den Menschen zu kredenzen. Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Der Schlüssel für mich sind die komplexen Systeme, weil die uns Menschen über den Kopf wachsen. Und wir Menschen haben nichts davon, wenn immer noch mehr Daten dazukommen, sondern wir müssen verstehen. Und wenn ich mir einen Flughafen vorstelle, wenn ich mir eine Fabrikanlage vorstelle, wenn ich mir überlege, was passiert bei den Unternehmen hier in NRW, in Deutschland, in Europa. Wir haben einfach jetzt die Möglichkeit zu sagen, weg von Regeln, weg von statischen Normativen und hin zu einer reinen, datenbasierenden, selbstlernenden Plattform-Idee, die sich immer wieder neu speist und auch anpasst. Corona ist ein tolles Beispiel. Die Gegebenheiten heute sind einfach ganz anders als vor einem Jahr. Wir können nicht die Statistiken aus 2020 oder 2019 nehmen, sondern wir müssen immer am Puls der Zeit sein mit KI. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020